Der Mann auf dem Fünder zu einem irgerlichen Tisch kam vierte Passagiere vom Luxemburg LG 615 von Palma de Mallorca. Ein paar Leute hat den Unser von der neuen Grippe gewiesen und das hat nur einen Doktor verlangt, für die konzernierten Passagiere zu einer Sischen. Wenn es der Sicherheitsgrenze sämtliche Leute bei den Angststunden am Flieger festgehelle gehen, an ihr Geduld aus der Panik und Roserei eingeschlafen. Verständlich, wenn ihr bedenkt, dass der Risiko, infizierter zu gehen, mit allen Minuten mehr gross zu gehen ist. Nach der Opposition hat auch die Leute ihre Reaktionen zum neuen Regierungsprogramm gewiesen. Die Leute verlangt dem noch, dass der Ausbau einer nachhaltigen Sozialstaat für auch den sozialen Zusammenhalt eine wichtigste Rolle an der neuen Koalition, an der Finanz- und Wirtschaftspolitik spielen. Die Reste und die Moral des Inseln haben unterschiedliche Funktionen. An alle angekündigte Selektivität sozial muss es darin heilen. Bei dem Angriff auf den Homosexuellen-Zentern zu Tel Aviv sind es am besten zwei Menschen im Gläufe gekommen und 15 weitere Däle schwerer blessiert gehen. Ein maskierter Mann, der schwarze U-Gedäufe, hat Leute auf allen Zeugen mit einer Waffe und ein schwuler- und lesbe-Geschoss, der für den Antrieb vom Zentrum stöhnt. 17 Jahre jungen Mädchen und ein Mann von 26 Jahren waren auf der Platz tot. Am Zentrum von Tel Aviv sind an der nur Stausende von Menschen aus Protest gegen das Tod und Strossgang.